Nein. Die Ritzkrieger hatte ich schon, ja, letztes Wochenende geholt. Ne, so. Ne, so. Ganz normal so. Und dann waren sie, waren sie auf einmal alle. Ne, ich wollte hier Formel 1 2013. Ja, die ganze Box. Ne, ich hab die ganze Box weggeputzt. Ja, doch, ja. Ne, ich hab die ganze Box weggeputzt. Ja. Die sind sogar noch besser als die Lorenz Club Cracker. Weißt du, die fand ich ja... Die haben so eine andere Textur, finde ich, so, wenn du die im Mund nimmst. Ja, ich bin... Ja. Was soll ich... Dann kann ich nur noch Lock nehmen. Egal, ich nimm Lock. Also, eigentlich ist es ja Wurst. Die haben ja keine Vorteile oder Nachteile. Jo, nö, 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 nö. Ach, jetzt muss ich ja wieder... Ach, jetzt muss ich ja wieder hier. Jetzt hab ich schon wieder eine Granate geworfen, obwohl ich's gar nicht wollte. Äh... Wo läufst du denn jetzt lang? Läufst du da hinten lang? Achso. Angeber. 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 Ja, mach ich. Achso, Operate Wall. Ja. Ja, das ist das Blöde, wenn wir mal switchen von Game zu Game. So mit den Steuerungen und so. Oh, was ist denn das hier? Ach, da ist noch ein Garnier. Das ist ja der, ja stimmt. Guck, dass wir ein lauter spüren. Das ist jetzt ein bisschen lauter als... Ah, das ist ja ein bisschen viel Action. So, wo ist die Action? Wo ist die Action? Ich füll ein paar... Ne, da nicht. Oh, ich ploppte das Feuer gerade ein bisschen auf. Oh, hier sind wir noch nichts. Wo kommen die denn? Ach, da. Ja, warte mal, warte mal. Äh, kann ich hier abschießen? Die Raumschiffe da? Nö. Das ist nur im Hintergrund, ne? So. Ah, wir... Ja, das... Ach du, das ist, äh... Bin ich ja gewohnt mittlerweile. Warum? Das halt. Ach so. Ah, guck mal, aber der... Warte mal, die kann ich doch abschießen. Na klar, ich kann die abschießen. Warte mal, hier ist noch ein Teil. Hier ist noch ein Raumschiff. Jetzt bist du weggefahren. Hinter uns. So. Ja. Oh, guck mal, ja steig ein, steig ein, steig ein. Yes, wir haben hier ein, äh... Ein Kanonier. Auf dem Beifahrersitz. Das ist sehr gut. Der hat eine fette Panzerfaust in der Hand. So, ich freue mich ja schon, wenn wir gegen dieses fette Teil da kämpfen müssen. Gegen diesen Guardian. Das kommt ja auch noch, ne? Das kommt ja auch noch, ne? Kommt. Das kommt noch, ne? Na. Hippie, ja, ja. So. Oh, hier ist alles kaputt. Wir brauchen ein bisschen mehr. Ach, da schießen sie schon. Sag das doch. Was ist das jetzt? Oh, machst du wirklich? Ach, das ist hier, guck mal. So Krieg der Welten mäßig jetzt hier diese... Müssen wir aussteigen? Nein, fahr doch mal weiter. Wo geht's denn gleich nicht weiter? Wo geht's denn, wo müssen wir hin? Da hat ein fette Viech hier, ey. Also es gab mal eine Zeit lang, da hat irgendwie jeder, jeder Hans und Franz, sei es Film oder Spiel, immer diesen Sound-Effekt verwendet, ne? Dieses... Ich glaube, das fing damals an mit Inception halt, irgendwie Inception, dieses, wo er da dann in dieser, in seiner Traumwelt ist. Und dann, wenn du dieses... Du im Hintergrund hörst. Das haben sie dann irgendwann auch in allen möglichen Trailern mal so verwendet. So, mal wenn da irgendwelche Einblendungen kamen, so... War so eine Zeit lang. So, wir machen ein kleines Käffchen-Päuschen hier jetzt gerade. Gucken uns die Umgebung ein bisschen an. Das ist heute aber ein bisschen unentspannt hier mit dir, muss ich sagen. Du bist auch irgendwie unentspannt. Pelican ist auf dem Elevator, besser gehen. Vielleicht... Ich versuche ihn mal abzuschießen, das bringt natürlich nichts. Ne, ich treffe ihn nicht. Voll die intensive Musik und wir sitzen hier... Mein Twitch-Channel ist Jandermann1978. Oh, das ist, das ist, äh, ja... Das ist, äh, schlimm. Übrigens, Jörgy hat mich gefragt, oder beziehungsweise hat er jetzt mal hinge... Er hat das wohl anscheinend hingekriegt. Was ist denn hier alles klein? Ich glaube, alles klein, ja. Und Zusammenhalt, ne? Kann er mal ein Follow da lassen. Würde mich freuen. Dann habe ich, glaube ich, äh... 24 Viewer oder so. Also. Also Mann mit Doppel-N, nicht Jan. Genau, machen wir ein bisschen Werbung hier. Kannst da schreiben, so, ja... Gott sei Dank hört man meine Stimme nicht. Ja. Gibt es nicht für die One... Gibt es nicht da auch dieses, dieses, äh, Chatpad, oder wie der Teil da heißt? Ich fand das echt... Das war total... Total nett. Für die, für die 360. Das habe ich irgendwo noch hier rumliegen. Aber das passt natürlich nicht, ne? Auf den neuen Controller. Da ging das immer recht, recht fix mit den Mails schreiben. Zack, 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 zack. Ja, ja. Ach, hier müssen wir auch steigen, ne? Wie steigen wir aus? Wie steigen wir aus? Und mit X? Ach Gott, ey. So. 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 Ist der hoch? Ist der hoch? Ist der hoch? Ist der hoch? Da sind sie doch schon. Ach, diese Prometheans hier. Ach, nein. Ach, Mann. Ich werde es nie, ich werde es nie lernen. Scheiß Steuerung hier. Also nicht Scheiß Steuerung, aber... Ungewohnte Steuerung. Da ist noch was. Ja, gehen die Hocke. Ja, ist klar. Jetzt kann ich mal eine Granate werfen. So. Um. Jetzt war das sogar mal richtig. Oh, der ist weg. Komisch. Da ist noch was. Schönen guten Namen. XXJ Jordan XX. Ach, guck mal hier. Ach, das ist... Ach, das ist ein Freund von dir hier, wa? Das ist er. Ja, herzlichen Glückwunsch zu deinen 1000 Gamersgruppen in Rise of the Tomb Raider. Es freut mich für dich. Marco, Marco ist hier schon am rummeckern. Am rumpöbeln. Ja. Ich übersetze mal. Marco, Marco wird dich von deiner Freundesliste streichen. Help, Medic. Ja, danke. So, Marco, sag mal bitte. Das ist das Blöde, du hörst ihn nicht. Ich weiß nicht, ob das nochmal durch ihn... Wird das nochmal irgendwie gepatcht hier auf der Xbox One? Ja, ich weiß nicht. Das müsste doch eigentlich möglich sein. Also technisch müsste das doch möglich sein. Dass man... ...den Party-Chat halt auf Twitch hier mit übertragen kann. Finde ich halt ein bisschen... ...bisschen albern. Okay. We need access to the Space Elevator. Can't do that, Spartans. Got too many people taking refuge inside. Zack. Oh. Osiris, clear the area, so they can open those doors. Achso, und Jordan, nicht wundern, wie ich hier spiel. Das ist kein Maßstab für andere. Also ich werde sozusagen von Marco mitgezogen hier. Für mich ist es schon ein Hindernis, dass wir gestern noch Master Chief Collection gespielt haben und jetzt heute Halo 5 Guardians spielen und die Steuerung komplett anders ist. Ich werfe hier mal Granaten, obwohl ich eigentlich es gar nicht will. Ja, aber man hört das... Du hörst Marco bestimmt die als wenn das, äh, als wenn das so wie so'n, durch so'n, durch so'n Telefon. So ganz, ganz leise. Ganz im Hintergrund. My Horse and Me zum Beispiel. Da hast du die Tausende, ne? Achso. Okay, Marco ruft jetzt die Polizei. Ja, ich auch. Was machen wir denn hier? Wir sind total abgelenkt, glaube ich. Jetzt müssen wir diesen scheiß Checkpoint nochmal machen. Ja, genau. Mein Formtief. Weiß, äh, hier, äh, Jay Jordan überhaupt schon die Geschichte mit, äh, Halo 3, das Ende? Die erzähle ich ja mal zu gerne. Die erzähle ich ja mal zu gerne. Ich sag mal, du spielst tonlos, ja. Achso. Ja, genau. Mach den Chat auf, den, den Chat kannst du nicht auf den Mute machen, weil der Chat nämlich geschrieben ist. Ne. Das ist die Party, die du am Muten musst. Ja. Genau. So. Wer war denn da? Ne, nicht trennen. Ich, ich, ich versuche jetzt mal hier einfach von, von hinten ein bisschen, ein bisschen abzuschießen. Halo 3, ja, ja, letztes Level, ähm, wo du die ganze Zeit da mit dem, äh, Warthog rumfahren musst. Ich glaube, wir haben, äh, 20 Versuche gebraucht mit Marco. So. Weil Marco irgendwie, der Teil nicht richtig steuern konnte. Dann hab ich mich einfach mal spaßes Halber in Steuer gesetzt. Und das war, nach einem zweiten Versuch? Nach, ja, zwei Versuche. Es ist, es ist, es war legendär. Ja. Es war nicht easy legendär, es war einfach nur, na, 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 na. Ja, vor allen Dingen, äh, lauf ich hier rum ohne, ohne Munition. So, wohin? Achso, hier die Treppe, die Treppe hoch? Die scanne ich nochmal. Gut.